Wunder geschehen Lassen Sie in Ihrem Leben Wunder geschehen, wie von Zauberhand. Glauben Sie, dass Wunder nichts weiter sind als Mythen aus dem Religionsunterricht oder dem Märchenbuch? Sind Sie der Meinung, dass Magie im 21. Jahrhundert nichts verloren hat? Sind Sie überzeugt, dass Sie allein durch rationales Denken an Ihre Lebensziele kommen werden? Falscher können Sie nicht liegen. Lesen Sie dieses in mehrfachem Sinne fantastische Buch. Die Autorin lässt Sie hier an einem echten Jahrtausendgeheimnis teilhaben. Diese Geheimnisse werden seit Äonen gehütet. Eines dieser Geheimnisse lautet, Sie können allein durch die Kraft Ihrer Gedanken den Lauf Ihres Lebens verändern. Stellen Sie sich vor, was Ihnen im Leben alles offen steht, wenn Sie es schaffen, diese Urkraft in Ihnen zu entdecken, freizusetzen und zu beherrschen. Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie diese Zauberkraft für Ihre Zwecke einsetzen. Lernen Sie Schritt für Schritt, wie Sie sogar das Universum selbst zu Ihrem Helfer machen. Lassen Sie sich helfen von dem Buch »Die Macht der Fremdsuggestion«. Lernen Sie, wie Sie Berge versetzen können, alleine mit der Macht Ihrer Gedanken. Lernen Sie Schritt für Schritt, wie Sie sich hören können. Vielen Dank.